ARD Text im Auftrag von Funk So, user disconnected from your channel Du hast meine Erz gebrochen Was? Das ist völlig unmöglich Und meine Nase So, warte, ich mach hier mal ein paar Wände Oder Tobi, gefällt dir das, was ich hier mache? Ist das okay für dich? Oh, guck mal, ich hab sogar ein Level ab Was sagst du denn dazu? Freust du dich für mich? Ja Äh, Storage Box, ja, Storage Box, Tobi, hast du gehört? Storage Box Tobi, Storage Box Kisten, Tobi Tobi Ja Das wird gar kein Haus, das wird nur ein Klo für Tobi Geil Halt schon So So Gute Freunde kann nie im Land trennen Gute Freunde sind nie allein Weil sie eins im Leben trinken Füreinander da zu sein Oh, schreckt mich doch nicht Alter, voll die Reaktion schon So, können wir mal wieder Frieden schließen, bitte Erstmal Okay Ich muss sich ja beides verbinden miteinander, pinkeln gehen und rauchen Ziehst du eigentlich deine Flatulenzen auf Lunge? Ähm, klar Das war alles ich Ich hoffe einfach, dass ich nicht sterbe Das hoffe ich auch Okay, wir stellen sie mal ganz kurz Yeah Hier kann ich liegen sein So Ist das noch warm? Ja, oh ja Okay Oh, das ist schön, schön warm am Bäuchlein Oh, warte, oh, warte Oh, warte So, so Geht das so? Sieht man das? Es ist wunderschön, wie du dich auch gerade drauf gerieben hast Wie macht denn der Tobi die ganze Zeit, frage ich mich? Der zeugt doch da gerade noch ein Kind Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, ich will mal was probieren Bleib mal da stehen Nein, nein Bleib mal da stehen, bleib mal da stehen Bleib mal da stehen, warte, warte, kann ich das so machen? Alter Schön Schön Okay, das geht also, das geht also Es war eine Machbarkeitsstudie Sound okay, Bild hängt Ich hab schon wieder Hunger Mhm Tobi, hast du Black Ops 3 gespielt? Fuck Ich baller die Eier mal direkt in den Dodo rein Ja, ist ja gut, hier Nimm mal meine Eier Fuck Ich hab Öl, Alter Ich hab Öl gefunden Du hast Öl Ja Hast deine Haare gekämmt Blöd, war ich doof Fuck Es tut mir leid, war ich echt doof Hab ich nicht drauf geachtet Töte Tobi Steht bei mir gerade im Chat Hallo Hallo Ist das jetzt für ingame, oder? Ohohohohoho Nein, ich töte Tobi doch nicht Wat? Ja, weißt du, ich will gleich deinen Dodo hier töten Guck mal, der scheißt hier alles hin, Mann Ja, aber du stehst doch drauf, du auf Scheißen Du bist doch hier die ganze Zeit am rumquoten Und beim Dodo ist es nicht gut genug, oder was? Nur weil der Dodo sich an dir ein Beispiel nimmt und dann auch versucht hier Sein Sein Rektalgold an den Strand zu verfrachten Rektalgold So Huch, was macht er denn da hinten? Ich glaube, der hat einen Piranha getötet Apropos Piranha töten Ist das im Bereich des Möglichen Oder vielleicht eine schlechte Idee? Ich glaube, du stirbst bestimmt gleich Solange es nur einer ist Nicht sterben Nein, nein, nein! Alter! Ich hatte gerade voll den Freeze Das darf doch nicht wahr sein Stell erstmal dein Bett auf Dodo gibt es vor mir AREλα es briefly fuck FOCK foack 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 fact Jos fuck Fuuuck! 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 Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken wo unsere Hütte war, verdammt! Bevor es jetzt dunkel wird Also ich bin bei, warte mal... Du bist geil! Ja, das auch! So, das Viech da hinten darf auf keinen Fall rüberkommen übrigens Tobi, ganz kurz, bitte bleib stehen! Du weißt, du musst dir die abholen jetzt So, ich versuche noch genau zu zielen Fuuuck! 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 Alter, das sieht immer so böse aus! Hat sich urentschieden Alter, ich... Echt, man kann Leichen Man kann seine eigene Leiche zerhacken Ich habe jetzt neuen Fleisch, Alter Fuuuck! Boah, Alter! Ähm, ja! Die hau ich mal gleich aufm Grill, weil die werden wir bestimmt essen wollen Jetzt sieht er aus wie eine Turbine! Was macht der da? Tanzt der? Was macht der da? Du 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 dumm Du dumm Du dumm Du dumm dumm Was denn? Heiß scheiß Arsch Piranjas, ey Arsch Piranjas Lalalala Alle Kinder lieben Kannibalismus Lalalalalalala Boah, Alter, ey Auf deine Meinung scheiß ich Ähm, äh, Tobi Ja? Guck mal zum Wasser Ja, ich sag doch... Ist der näher gekommen? Ja, der kommt immer näher Ey, der kommt immer näher, was machen wir denn jetzt, Mann? Ich hab keine Ahnung Wir locken ihn zum anderen Camp Hoho, nein! Wir könnten... Wir könnten ihm Pan vorlegen Ey, der kommt immer näher, Mann! Ist der sehr gefährlich? Okay, es geht los Okay, es geht los So, Tobi, ich kann Betten bauen So, Tobi, ich kann Betten bauen Was war... Was war das gerade? So, Tobi, ich kann Betten bauen Hast's getrunken, dass du viel Kohlensäure hat und dann... Achso Ich dachte grad, du hast grad, äh, L auch, äh, hier Defecated So, ich baue uns mal zwei Betten hin Wenn der uns nämlich umbringt, dann spawnen wir sofort wieder direkt vor dem, weißt du? Das wär super Das ist, äh, ne gute Idee Dodo? Wo ist denn der? Wo ist denn... Bett, 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 Simplebett Was brauchen wir? Setch 80, Heid 40 40 Leder für ein Bett Ich hab noch nie ein Bett mit so viel Leder gesehen Klar, also meine Bettwäsche ist hauptsächlich aus Leder Jaja, aber normalerweise... Also ich geh mal in Studios, wo man dafür bezahlt Achso! Nehmen sie mal diesen Ball in den Mund Oh nee Ähm, jajajaja, hier Du trägst mal eben das Fly Jetzt kackt der mir hier mal direkt vor die Füße Das hat er von Tobi Hat er von seiner Mutter So, was? Hast du die Schlafsäcke, die beiden noch? Äh, ja, aber ich geh lieber hier hinschmeißen Kannste mir... Oh, Entschuldigung Ja Vor Aufregung hab ich hier Wieder ein Ferrero Rocher gesetzt Oh, warte mal eine zweite Teil Was denn? Oh! Oh, oh! Oh! Oh, schön! Herr Baron, die Kugel Immer wenn ich Kacke sehen muss, ich selbst kacken Das ist aber so Hier liegt Kacke vor der Tür Wie hast du das jetzt dann bestätigt, dass du das da hinsetzt? Achso, einmal Maustaste Mit der Maustaste baust du das hin Oh, sogar so nah aneinander Tobi Warte Was denn? Was denn? Das ist ja dein Bett hier, ne? Ja, ja, ja Warte Ich hab dir ne kleine Schokolade aufs Kopfkissen gelegt Das ist wie in teuren Hotels Dann kann man sich nicht beschweren Hast du schon, hast du schon, äh, das Schokoladenplättchen probiert? Das ist echt, äh, das Schweizer Vollmilch Werner haut, oder was? Das ist, äh, Vollmilch-Laktose-Intolerant Huch! Äh, ich hör dich gerade nicht, weil der Team-Speak wieder... Verstehste? Unsere schöne kleine Bude Lalalalalala Komm doch herein, du Lude Ja, dann ist ja alles klar Ich muss bei dir bei Vordort mal reingucken Es lohnt sich Soll ich dich auch auf YouTube Red abonnieren? Ja, na klar Die sich das halt auch anhört, ne? Die so dieses... Ja, das ist schon ein bisschen, äh, schon ein bisschen widerlich So ein Oma-Furz einfach eigentlich Also ich, 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 ich kenn mich, ich... In der weiten Welt der Fürze, die bunte Welt der Fürze Da kenn ich mich nicht so aus, muss ich zugeben Ich habe keine Ahnung, wie ein Oma-Furz klingt Ja, halt als wenn ich das nicht mehr halten könnte, ne? Wenn die Arschbacken flattern, so... Tobi? 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 Riech mal Tobi? 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 Alter, wie schön Tobi? Tobi? Da tollen sie durch den Wald Tobi? Hätte man vom Kinosaurier gefressen Boah You killed a tree in a white Okay, ja, äh, toll Äh, Survivor Profil, das freut mich natürlich sehr Wo ist denn der? Bitte nicht bei mir im Stream gerade gucken. Wieso? Was genau machst du? Nichts. So, ich bringe aber ein bisschen... Oh, ich bin starving. Ich bin so starving. Tobi, ich bin starving. Oh nein. Ich fresse alles, was ich finde. Ich würde dir jetzt gerade gerne vor die Nase scheißen. Toll, toll. Das sind... Das muss Liebe sein. Der Dodo war gerade im Haus. Oh, der Dodo ist im Haus. Ja, der Dodo ist im Haus. Stimmt. Alter, jetzt lässt er mich nicht mehr rein. Dodo. Willst du mich verarschen? Ich warst jetzt von deinem Dodo. Machst du dich gerade lustig über mich? Ja. Okay. Ich warst jetzt von deinem Dodo. Na, dann bitte schön. Deine freche... Hast du mich geschlagen? Nee. Steh hier hinten. Wie soll ich dich schlagen? Ist das Inventory? Wirst du sehen, Tobi. Wirst du sehen. Wirst du sehen. Deine freche... Hast du mich geschlagen? Nee. Steh hier hinten. Wie soll ich dich schlagen? Wie soll ich dich schlagen, hm? Hm? Oh! Oh! Echt bescheuert jetzt, weißt du? Was denn? Was denn? Hm? Was denn? Hab ich dich voll weggeschubst. Oh! 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 So. Äh... Ja, der Dodo. Der stört ein bisschen im Eingang, ne? Soll ich dir mal ein bisschen Feuer untermindern machen? Warte mal, ich versuch den mal... Kein Problem. Ja! 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 Wenn du halt also mit dem Besuch sagt mir mal weggesch expenditures haben, northern ist ja auch nicht so... Oder bist du nicht so? Nein! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020